Moinsens, Servus! Herzlich Willkommen bei Dragon Age Origins, der Awakening Erweiterung. So, zuletzt haben wir einen neuen Mitstreiter bekommen, Gerechtigkeit, im Englischen auch bekannt als Justice. Ähm, da steckt der Geist, dieser Gerechtigkeit, wo auch immer der herkommt, weiß keiner. Haben Sie mehr über dich erzählt? Sobald wir die Hexe gefunden haben und wissen, was aus ihr geworben ist. Ähm, der Typ steckt jetzt im Körper von Christoph, diesem alten grauen Wächter, den wir verfolgt haben und, ja. Ich bin gespannt. Eis an der Drübe. Stiefel des Behüters. Guck mal her, du. Äh, nee, hier. Schon wieder? Ja. Ach ja, ich muss da ja nicht hin. Hier. Okay. What is better? Ich glaube, dann nehme ich das hier. Weil die anderen würden, glaube ich, ihm besser passen, oder? Definitiv. Wie sieht es mit denen hier aus? Nee. Der ist doch meine besser weg damit. Alter, ich kann die tragen? Gut, Erschöpfung ist deutlich höher, ne? Aber ich habe ordentlich Stärke inzwischen, ne? Neuer Look, habe ich gehört. Probieren wir einfach mal aus, wie es sich damit fightet. Das ist meine erste Kriegerrüstung, ne? Alter, ich bin ja sick drauf. Streitkoll. Ach ja, hat Justice, ja, Justice haben die jetzt, ne? Yes. So, wenn ich mich erinnere, habe ich die, glaube ich, alle geöffnet. Hoffe ich. Aha. Verriss im Schleier. Oh, nee. Wiedergänger. Zwei Wiedergänger. Ja, klar. So, ähm. Mach an, das ist auftreten. So. Und du musst doch mal... Zumal muss ich auf den Fing Kadern oder so. Und hier, ne Nanos. So, okay. So. 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 Wir brauchen einen Leichnam. Ja ne, vergieß es. Wir brauchen einen Leichnam. Wie ihr wünscht. Begut. Oh, der ist dick. Sorry. Oh, ja stimmt. Mir wurden ja auch die Dinger alle geraubt. Irrbener Gurt. Nehmen wir gleich den Gürtel hier. Ja, wenn ich nichts anderes hab. Ich lauf einfach ohne rum ey. Was hast du eigentlich? Friptische Trefferchance im Nahkampf. 4 Stärke. Kälte-Resistenz. Naja. Dann nimm doch lieber ähm. Konstitution hier. Ja. Bäm. Alter, wer ist hier am ausrasten? Was ist denn das? Ah, ok gut. So funktioniert das also. Achso, es ist nur so. Vorübergehend. Bannbeschichtung. Ohi. Handschuhe des Beschützers. Wer hat Bock? Orgrin. Achso, ich bin ja dumm. Ich pack die immer schon ein. 4 Stärke. Rüstungsdurchdringung. Ich glaube. Ich glaube, die überlasse ich Justice. Richtig. Was hab ich eigentlich für Handschuhe? Ja. Na, komm. Ich meine, die sind doch deutlich besser für mich, diese Handschuhe. Ja, deswegen, ne. Deswegen, ne. Bleib ich erstmal hierbei. Rüstungskreis. Sehr gut. Oh, genau. Eine Sekunde. Die Jalousien mal wieder. Diese Frechtechse. So. Späle schon. So, wo war ich denn hier noch nicht? Wo war ich denn hier noch nicht? Total nichts. Da hinten gehts weiter. Oh, Monsieur. So sei es. Boah, ich hab widerstanden, ey. Boah. Boah. Machen wir exakt das Schlag. Boah. Boah. Das hat Damage gemacht. Oh, was? Das hat Damage gemacht. Ich könnte das mal. Ich glaube, Orgrin ist als nächster dran. Wie ihr wünscht. Das ist ein Lame. Oh, nee. Wer hätte ja erlaubt, den Ausdauertrack zu trinken. Okay. Hier gibt's keinen Loot, ne. Das hat er auch gut gemacht. Obwohl man ist in Ordnung. Dieser ist nur in Ordnung. Wenn ich ihn mit einer. Er ist interessiert. Sieht sie. Wenn der andere. Wenn der andere. Boah, ich bin hinüber, Alter! Schadstechnisch kann ich mich nicht beklagen. Definitiv nicht. Du pass, Paul. Ah ja. Sehr gut. Wenn sonst hier nichts weiter ist. Helm des Behüters. So, meine Kinder. Du hast noch keinen Helm, aber ich vergleiche den noch mal mit Orgrin. Der andere ist auch echt nicht bad, ne? Konstitution, Gesundheits-Generation, Kampf, Verteidigung. Die sind beide, gehen irgendwie in eine Richtung. Vom Basiswert ist der hier besser. Na komm, behalten wir mal. Oder doch nicht. Nimm mal hier, den hier. Ja, so machen wir das. Sick. Aber der Orgrin sieht auch witzig aus damit. Das ist also die Welt der Sterblichen. Sie wirkt so öde, so starr und unveränderlich. Aber ich bin hier. Ich habe den Schleier durchquert. Die Geister werden neidvoll zusehen, wie sich die Sterblichen vor mir verneigen. Das wird nicht geschehen, Dämon. Ah. Ich wurde offenbar nicht als Einzige hierher gebracht. Wie ermüden. Na, ärgerlich, ne? Könnt ihr mir das mit dem vor mir verneigen noch mal erklären? Wie konnten ihr überhaupt hier sein? Ihr habt keinen Körper. Ich habe seit Ewigkeiten die Kraft all dieser Narren gesammelt, die in unserem Reich gefangen waren. Meine wahre Gestalt hat hier Substanz. Mir war nicht klar, dass ich die Welt der Sterblichen auf diese Weise betreten kann. Hätte ich es gewusst, wie auch immer. Jetzt bin ich hier, nicht wahr? Schon bald werde ich die Königin sein, die diese Welt verdient. Und ihr, ihr werdet mein erster Untertan sein. Ach, Ruhe, ey. Nice. Der sieht heftig aus. Das sieht aus wie Aldred, nur ein... Böser. Ja, iconic Erzdemon-Design. Jetzt bin ich geschau... Oh, weg mit FIFA, juckt das. Ja, so. Sack, ja, sei, wasser. Hey. So, mach mal hier den hier. Mach mal, mach mal. Wo willst du denn hin hier? Nee, hier ist kein Toter. Sehr gut. Ich schiege's. Ich schiege's. der 1st, wo ist er? der 1st, wo ist er? was ist er mit der 2 ist? was ist er? will er denn hin? Das macht der einfach ab, ey. XN3-4. So, ihr wisst nicht, wohin sie gegangen sind. Mir ist die Rückkehr ins Nichts verwehrt. Ich bin hier gefangen im Körper dieses grauen Wächters. Es gibt noch Erinnerungen dieses armen Mannes. Sie sind unklar, aber es war ein grauer Wächter. Die dunkle Brut hat ihn getötet. Jener, den man den Ersten nennt? Ich weiß nicht. Äh, ja. So, die dunkle Brut sind jene Kreaturen, die gegen die grauen Wächter kämpfen. Und das war auch euer Bestreben, als ihr ins Nichts gelockt wurdet. Ja, nun verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nichts über diese Welt, nichts, was über die sperrlichen Erinnerungen dieses grauen Wächters hinausgeht. Ich habe nicht den Wunsch, zu sterben. Was soll ich tun, Sterblicher? Ihr scheint ein Wesen edler Gesinnung zu sein. Und ihr stammt aus dieser Welt. Habt ihr einen Rat für mich? Neue Rekruten, habe ich gehört. Ihr wisst nichts über diese Welt? Wirklich überhaupt nichts? Die Dämonen suchen nach den Träumern. Jenen Sterblichen, die das Nichts betreten. Und nähern sich aus ihren Erinnerungen. Meine Art kennt dieses Verlangen nicht. Wir bedauern euch Sterbliche, die ihr an diesem trostlosen Ort gefangen seid. Und nun bin ich selbst gefangen. Ich habe hier keine Aufgabe. Kein Ziel. So, ja genau. Kommt mit mir. Den können wir, der wohnt war, der eines grauen Wächters. Nochmal. Ihr meint, ich soll die Mission, diese Sterblichen fortsetzen? Oh Mann. Als grauer Wächter? Es war einer der dunklen Brut, der diesen Sterblichen so niederträchtig ermordet hat. Und die Verantwortlichen sind noch am Leben. Diesen Tod zu rächen. Ja, das wäre ein Ziel. Nun gut. Wenn ihr es gestattet, würde ich mich euch anschließen, grauer Wächter. So, natürlich. Soll ich euch jetzt Christoph nennen, ne? Das ist nicht mein Name. Ich habe keinen Namen. Nur eine Tugend, nach der ich strebe. Und wenn ich einen Namen benötige, dann nennt mich bitte so. Ich bin Gerechtigkeit. Und fürs Erste bin ich froh, an eurer Seite zu reisen, grauer Wächter. Jetzt schlort Batman. Hochmut kommt vor dem Fall. So, es geht dem Feuerstampfer. Ja, bitte. Meine Schuhe sind eigentlich besser. Boah, Alter. Schnell zum Lager am Hafen. Oh. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, woher am Hafen geht. Oder? Hier am Hafen? Ich dachte in Amaranthin, aber okay. Nehmen wir mal mit. Vielleicht ist das ja was für anders. Auch nicht. Die sind besser. Ah, oder sind die doch besser. Aber nur Voraussetzung Magier. Oh Gott. Ja, sorry. Da sind die Schuhe doch deutlich besser. Ja, geil. Was haben wir noch? Alter, das kann weg, ey. Das kann auch weg. Drachenfresser. Ne, der Ring, ey. Seelenbund. Geistresistenz. Zauberresistenz. Kann ich den tragen? Ne. Ne, Gönnung, ne? Zauberkraft oder Willenskraft? Willenskraft ist mehr, ne? Komm, dann nimmst du hier den Seelenbund stattdessen. Der kann eigentlich auch weg. Und der kann auch weg. Alter, 100% Geistschaden ist ja mal gar nicht wenig. So, Orgrin. Konstitution. Stärke. Aber was mache ich? Ah ja, Plünderer, genau. Aura der Schmerzen. Was können wir hier noch suchen? Verstanden. Wo komme ich denn da hinten hin? Ah. Stimmt. Ich mache jetzt die Tür auf der Seite auf. So war das. So war das. Stimmt. Jetzt kann ich hier durch. Sick. Wird gespeichert. Was geht denn jetzt? Ne, ne? Schutt. Verzierte Silberschale? Ne, ich glaube nicht. Ach, du Scheiße. Rezeptur, das springfreist Rezepturen sind doch immer gut. Ring der Härte. Das wäre doch was für unseren Freund. Oh, Grinder oder so. Untergang. Oh, das ist ja auch noch. Stimmt. Der Orgrin. Ne, das ist der Orgrin. So. Ring der Härte. Ach, das ist verschoben. Okay, dann zeig ich mal. Stärke, Geschicklichkeit, Angriff. Ne. Ich bleib lieber bei meinem. I'm sorry. Wie ihr wünscht. Verdorbener Stockfisch. Ein Schwert. Quest absolviert. Sir Alvards Schwert. Okay. Wer ist Sir Alvard nochmal? So, hier kommt dann der nächste. Not erledigt. Boah, Vorlage. Vorlage. Runenstein. So ein leerer Runenstein. Oh, Lyrium Staub. Ohne Ende, ey. Vorlage, Vorlage, Vorlage. Brachknochen, exzellent. Okay. Was soll ich sagen, wollen wir mal? Dann müssten wir, denke ich, alle Drachenknochen haben und können den, den zusammensetzen. Mal jucken. Dann würde ich sagen, geht's zurück in die Festung. Jetzt, wo ihr einen richtigen Körper habt, was habt ihr damit vor? Ich habe vor, der Gerechtigkeit zu dienen. So wie immer. Ich wüsste ja, was ich tun würde, wenn ich plötzlich ein echter Mann wäre. Boah, das ist ein Maul, Ongel. Ich nehme an, spielt auf etwas an. Aber ich weiß nicht, worauf. Ach kommt, so dumm könnt ihr doch nicht sein. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Achso, den öffne ich wahrscheinlich mit dem Knochenversteck dahin, was ist. Das sollte kein Problem sein. Okay. Wo die Fischer ruhen, dort ist das Versteck gut. Dann aber gleich nochmal dahin. Super. So, Knochenposition. Knochenposition. Wird erledigt. Knochenposition. 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 Oh Gott. Chill. So, ich nehme an, dort wo die Fischer ruhen. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Haum der Baroness ist. Da müssen wir nochmal wieder zurück und da müssen wir wieder nach hin. Junge, 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 Junge. Oder habe ich es schon gefunden? Wo war das dieses Mr. Alvats-Krams? Wo die Fischer ruhen, dort ist das Versteck. Wo zum Weihra? Bin ich hier doch nicht richtig. Wie ihr wünscht. Aber hier ruhen hier nicht die Fischer. Ich komme da wahrscheinlich nicht runter, ne? Das ist doch das Heim der Baroness hier. Eigentlich. Sollte kein Problem sein. Hä? Ich würde sagen, wir gucken nochmal oben bei der Festung. Da ist ja noch ein Schloss. Ah, okay. Ne, vielleicht war das hier da oben wirklich das Heim der Baroness. Aber, ich guck nochmal hier. Das wird sich schon dann zeigen. Das wird sich schon dann zeigen. Das wird sich schon dann zeigen. Da steckt der Hinweis hier, den habe ich schon gelesen. Da oben gibt es doch keine Fischer, oder? Über das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen. Doch nicht da hinten, oder? Wie ich sehe, begleitet euch euer Kater noch immer. Er scheint sich wohlzufühlen. So ist es doch, oder, Sir Naseweiß? Ja. Es scheint mir nicht gerecht, eine andere Kreatur zu versklaven. Er ist kein Sklave, sondern ein Freund. Und außerdem ist er ein Kater. Ein Kater, dem es an Freiheit mangelt. Ignorier ihn einfach, Sir Naseweiß. Sie haben im Nichts offenbar keine Haustiere. Ja. Was geht hier ab eigentlich? Drachenknochentrümmer. Boah, das sieht übel aus. Och, ne. Geisterdrache, super. Königin der Schwarzmarschen. Ist ja toll. Ich muss nochmal ein Finges hier. Ich zeige euch, warum Mark hier so gefürchtet sind. Das geht aber bislang. Wenn ich da ordentlich heile. Boah, lass den doch mal. Das wird aber gehen, wenn ich aufpasse. Aua. Holy shit. So, das ist glaube ich der beste Zeitpunkt, um die ganzen Geräte zu gönnen, die ich hier gebunkert habe. Ich weiß, dass er wieder stattfindet. Ich betrachte das Aserleven. Hallo. Ich hab dir den Auftrag gegeben. Man, das ist unser Weg. Warum kannst du dir nichts gönnen? Einmal. Danke. So, die müssen jetzt alle vernichtet werden. Das ist einfach ein Problem, glaube ich. Wir dürfen da nicht hin. So. Scheiße. Meine Zauber sind verreichtert. Zeig ab, euch verabschieden. Schöne, was wir sehen. Das ist ja genial, ey, das Drecksding. Jetzt gibt es ja wieder schön sexy. Jawoll! Oh oh. Justice gönnt sich. So, hier müssen wir gucken, dass hier... Es wird gucken, dass hier sonst nichts passiert. Was passiert? Immer so einen sexy Ausdauer machen. Und jetzt machen wir hier. Ein Stich, ey. Jawoll. Ein Innenstich. Oh shit, jetzt geht das wieder los. Was ist das Tempo? Nee, du hier, mach den mal. Das ist das. Der ist ja so. Wie ist das denn? Oh, wir können hier einmal gut. Der blöden Teich, der ist dieser. Der Magen. Mana. Klappt nicht. Lähmung. Auch nicht. Ganz schön heftige Resistenz. Lähmung. Kommen wir mal hier wieder aus der... Verstarken oder so. Oh shit. Jawoll. Ich flieg mal hin. Oh shit. Aua. Jawoll. Guck mal Heilung. So. Gleiches Spiel nochmal. Annih. 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 Ne Justice. Du bist falsch. Ach ja. Ja toll. Aua. Und wieder. Das geht schon. So, Gefängnis. Alter ey. Das zieht ey. Muss ich aufpassen. Hallo Gorgren. So, mach deinen Bolzen. Lähmung. Das wird nicht. So, für ihn. Ja, gib dir doch. Oh, hallo. Ich sag den Gruppenentheilung. Wen hast du denn jetzt? Das ist Justice. Ganz toll. Ja, belebt. Jawoll. Das war wahrscheinlich de facto der schwerste Bossgegner bisher. Eigentlich. Aber. Meine Truppe ist ziemlich gut. Stacheln. Geisterwalsam. Eissalve. Haben wir ja von. Zauberwacht. Erdenbund. Makelloser Diamant. Kann ich hier irgendwas abgeben? Zauberwacht. Schwert ist nicht mehr so geil. Demo. Scheiß auf oben. Das kann weg. Zauberwacht. Oh, da fällt es nicht mehr jetzt. Das ist Krieger. Okay, gut. Erden. Und. Ne. 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 Glaub ich Besseres. So, anders für dich. Wollen wir das hier noch machen? Oder vielleicht so. Oh, ja. Definitiv besser. Lebenskraft, Magie, Rüstung. Ähm. Ne. Da ist leider. Der Rest doch ein bisschen besser. Was haben wir hier noch? In der Härte? Ne. Was war das? Ach, für Krieger hier. Orgrin. Das hat. Justice. Alle Attribute für Prozentchancen. Ne. Auch nicht. So, anders. New Level. Machen wir so. Wo war ich zuletzt? Oh, Massenlähmung. Lass mal ausprobieren. Yeah. Meine Zauber stehen zu eurer Verfügung. Massenlähmung wäre natürlich sick. Oh, ich habe die Frostwaffen zuletzt gar nicht benutzt. Was ist das hier eigentlich? Soll ich Frostwaffen wegpacken? Das ist halt so ein bisschen... Das bringt Wasser, aber das ist irgendwie oldschool. Ich packe statt der Massenlähmung. Massenlähmung ist besser als eine Lähmung. Ich habe ja auch die massenwandelnde Bombe, whatever. Drachenknochen Trümmer. Drachenknochen des Ältesten. Neue Arbeit. Uh, damit kann ich was abgeben. Ah, dann fehlt noch die eine gewesen, ne? Spur der Liebe. Aber wo kann das sein? Wo ist das? Hier oben ist es nicht. Ich will das noch hinter mich bringen. Unbedingt. Muss ich hier runter? Wahrscheinlich, ne? Okay. Muss ich eventuell doch bei Christoph wieder gucken oder so? Ich will das erledigen. Alter, das war ein sicker Bosskampf. Das war sowas richtig schön Optionales. Man kennt das in anderen Games auch. So, die... Die allerschlimmsten sind diese versteckten optionalen Secret-Boss eventuell. Und das haben die hier auch wieder reingepackt. Ich bin noch mal hinten bei Christoph. Mann, 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 Mann. Ach, ne, ne? Wirklich? Hier sind die Fischer. So, was geht denn jetzt? Wieder ein Hinweis. Ich dachte, wir hätten's jetzt. Gut, fangen wir an. Such nach den Steinen so groß und klar. Beim größten von ihnen werden deine Wünsche erfüllt. Okay. Gab's dir nicht so einen Steinkreis oder so? Hier. Ein Stück da Hinweis. Verstanden! Erinnerst du dich an den Teich, an dem begann unser Spiel? Ähm. Ähm. Ja, okay. Aber wo begann denn unser Spiel? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Was ist im Schleier? Merkgipfel, zerstört das Dorf. Das war Christophs Lager hier. Schwimmende Flasche. Was ist das denn? Hallöchen. Brief mit einem Heiratsantrag. Korinns Antrag. Zwei aller Tribute. Das, da sag ich nicht nein. Zwei Geschicklichkeit vorbei. Aber was ich brauch, gibt mir schon hier zwei, ne? Stärke Glückheit, Willems Kampf Konstitution. Komm, dann nimmst du was hier und... Oder was ist mit... Deine Dings sind OP. Zwei Stärke und Zwei Geschicklichkeit. Komm, dann nimmst du hier Korinns Antrag. Sehr gut. Okay. Haben wir damit die Quest gelöst? Vellanas Verbannung. Wird sie sich dir vielleicht irgendwann öffnen? Gut, das sind diese anderen Quests. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss. Und wenn sie uns dann in der nächsten Folge... Ich stein... Tschaui... Tschaui...